hallo hallo schönen abend heute mal schnäppchen aus dem kick aber als erstes so ein päckchen servietten so kleine zum regulären preis 79 cent glaube steht da 1 einzeln lag es da nur 1 dachte ich vielleicht noch was aber ja gut und das musste mit ich mach mal auf bis man das raus bekommt ja und zwar so süß das gleiche hat man dann vier mal da kann man ja damit echt was machen finde ich so schön die schildkriegte die eule ja das fuchs füchsen guck mal dieser wolf ne farbe naja genau das war meine entdeckung heute dachte ich ja finde ich so toll mal schauen werde ich mal gucken vielleicht kommen noch weitere aber die sind echt schön die kann man da alle ausschneiden oder auch im ganzen eine ganze seite man kann ja auch verlieren ich meine wie heißt das jetzt einschweißen laminieren ja sind die bin echter voll begeistert sind so süß so und dann geht's los ja so ein päckchen lag da lange für einen euro ne dachte ich ach nee glaube es waren die und jetzt 29 cent sind drei größen drei farben ne diese holzpäckchen dachte ich wäre echt schön ne nur eins ein päckchen lag da noch schmetterlinge die deco clips auch 29 cent ja dachte ich das ist doch dann muss man mitnehmen so und das nächste guck mal wieder diese hänge die deco ich hatte ja andere mal gekauft mit herzen habt ja auch bestimmt einige sich geholt so wie verschiedene so wie wie so ein muster wie so spitzen muster so richtig verschiedene auch hänge die deco war der voriges jahr und diesmal guck mal die eulen 29 cent auch statt 179 war erstmal von euro und so weiter ja da ist auch da noch genug accessoires dazu das kann man ja alles dann einzeln dann wieder auseinander nehmen und dann verbasteln ne und das habe ich jetzt in zwei farben die eulen meine eine hat hier dann ein fehler schief geschnitten so rosa und das ist auch 29 cent und dann haben wir auf diese weise grenze gefallen und da in der mitte dieser schmetterling da noch wieder schleifen und so weiter beiseite auch 29 cent dann mit dem vögelchen so und das ist eben das vögelchen auch beidseitig da kann man ja vorhin er gucken soll da kann man es auch machen und auch ja aber diese weisen kranz das ist echt für 29 cent so ein kranz kriegen das ne und deswegen habe ich da drei sorten gesehen in drei varianten ne auch noch das frügelchen rosa und da hat es mir so sorry ja so ein hochzeitskranz zwei ringe könnte man sogar so eine orange moa an die so eine wandteco oder an die tür wenn man einer heiraten sollte wäre auch schön ne die idee aber auspacken wollte ich sie heute noch nicht dachte ich lass ich mal so ähm ja und auch 29 cent ne schlägen dachte ich wow wie heißt es so schön zum recht richtigen zeitpunkt war ich da ja ja genau das war der kleine Schnäppchenhohn aber ne die da die sind so schön mal schauen servietentechnik habe ich da gleich gedacht wohl auch einlaminieren könnte man auch und dann ausschneiden ne so wie memory spiel machen stimmt mensch jetzt komme ich erst drauf haha genau laminieren und memory spiel damit machen ne so ein geschenk auch wieder eine idee das ist ja auch gut weil das sind ja einige hat man schon vier stück naja vielleicht kommen noch welche ne dass man mehr hat aber auch so auch schön gut so na gut das war's dann äh kurz kurz ganz kurz dann mach ich schluss danke fürs zuschauen tschüssi 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 tschüssi